ja hallo leute herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir heute teste ich für euch einmal das neue tape match band von sperrpyrotechnik mit zehn meter auf der rolle die besonderheit hier es soll wohl so schnell sein wie stoppine und als vergleich das herkömmliche tape match band was man halt so zu kaufen bekommt schon seit langer zeit ob dieses mit dem tape match band von sperrpyrotechnik irgendwie ja gleich schnell ist danke hierfür noch mal an max von röder feuerwerk der mir dieses kleine streifchen hier mitgegeben hat ich würde sagen ich teste die zwei sachen und wünsche euch viel spaß schon krass echt krasses teil